So, willkommen zurück, nächste Folge, Folge 8, wenn ich richtig gezählt habe, Endzone World Apart. Wir nähern uns so langsam, aber sicher wieder dorthin, dass wir eine stabile Siedlung haben, ohne dass uns die Leute wegsterben, indem wir eben genügend Kleidung haben. Ich habe jetzt beschlossen, in der Pause eben, dass ich einen Dekontaminierer bauen werde hier, damit wir die kontaminierte Nahrung säubern können und somit auch weniger kranke Siedler haben. Das ist das Erste, was wir machen. Ich muss nur kurz gucken, wo das Ganze ist. Ressourcen war es gerade nicht, bei Nahrung vielleicht. Gemeinschaft, auch nicht. Logistik? Ah, da ist er. Ein Dekontaminierungsposten. Ich brauche dafür zwölf Kohle. Okay, das habe ich momentan nicht. Ich muss ganz dringend so ein Forschungsutensil finden. Also ich muss mehr Expeditionen schicken. So, es kann eine Weile dauern, bis der gebaut ist, bis ich zwölf Kohle habe. Das Problem ist, der braucht auch Kohle. Aber ich kann jetzt mal Kohle sparen, denn wenn ich hier gerade keine Strahlung habe, oder nur leichte Strahlung habe, dann kann ich den Filter deaktivieren. So, und dann starten wir die Spiegelschwindigkeit wieder. Denn wenn der Filter deaktiviert ist, dann verbrauche ich eben nicht so viel Kohle. So, dann gehe ich aber auch mal aus der Strahlungsübersicht wieder raus. So, kaum rede ich davon, habe ich plötzlich wieder einen Haufen mehr. So, aber meine Bevölkerung steigt wieder an. Das Problem ist, ich habe momentan kein Holz. Entsprechend habe ich auch keine Kohle. Und weil ich keine Kohle habe, kann ich wiederum keine Schutzkleidung machen. So, nach überhöhten Strahlungswerten. Wir müssen dafür sorgen, dass diese verhandliche Umwelt zu schützen. Ja, das mache ich. Ich muss 99 Kohle produzieren. Oh, die Aufgabe sollte ich dringend erledigen. Ich muss Aktivkohlemasten, Strahlenanzüge. Also ich muss drei von vier machen. Aktiviere den Filter des Wassersilos. Das ist schnell gemacht. Aber die Aktivkohlemasken und den Strahlenanzug, die produziere ich ja sowieso, wenn ich denn Kohle habe. So, die Ruine ist erkündet. Die Fabrik. Dann haben wir hier jetzt noch eins. Und dann haben wir alles... Nee, hier haben wir noch was. Hier haben wir noch ein Fragezeichen. Das ist ein bisschen versteckt. So, wir haben aber mittlerweile 99 Leute wieder. Das heißt, ich kann wieder ein bisschen einstellen. Hier bitte. Lehrer. Vielleicht auch noch so zwei Forscher. So, die Expedition ist zurückgekehrt. Wir schicken direkt eine neue. Also jetzt ist das Saatgut, war ja schon da. Normalerweise würden sie jetzt Ressourcen zurückbringen. Ich würde jetzt am liebsten... Hier jemanden hinschicken und das Zeug abholen lassen. Allerdings brauche ich das momentan nicht so dringend, sondern ich brauche dringend ein Forschungsutensil. Also meistens ist ein Forschungsutensil in der Fabrik zu finden, im Kernkraftwerk oder hier, was ich gerade eben erforsche, im Krankenhaus. Das Problem ist, ich kann, um die Fabrik zu erforschen, brauche ich die Werkzeuge. Ich brauche bestimmte Fähigkeiten der Siedler und die habe ich noch nicht. Deswegen kann ich da noch niemanden hinschicken. Ich schicke jetzt jemanden mal in die Kirche, wenn ich den Baumeister und einen Totengräber habe. Das muss ich jetzt gerade mal schauen. Ich habe nämlich dummerweise nur einen Baumeister, aber ich habe keine Totengräber, also kann ich die Expedition nicht abschließen. Ich kann trotzdem hingehen, kann zwei, drei Sachen eventuell machen, aber ich kann nicht alles machen. Das bedeutet, ich müsste später nochmal hingehen. Deswegen schicke ich jetzt erstmal gar niemanden hin. So, haben wir den Sammler und die anderen Dinger da. Wir haben sogar Arbeitslose, die das machen können. Hier auch noch und dann schicken wir nochmal einen Sammler hin. Moment, wo ist das Sammlerabzeichen? Hier, Jeremy, bitte geh auch mit. So, eins, zwei, drei, vier. Aktionspunkte, Expedition starten. Ich glaube aber, ich habe momentan nicht genügend. Ja, ich habe gerade mal zwei, ja, ich habe nur zwei Expeditionsrationen momentan übrig. Das heißt, die werden so schnell nicht loslaufen. So, währenddessen ist der Erkundschaft da angekommen, hat das Krankenhaus erkundet. Übrigens, wenn man was komplett erkundet hat, dann kann man das zum Abbau freigeben, damit das dann später der Schrott abgebaut werden kann. Da ich den hier komplett erkundet habe, kann ich den zum Abbau freigeben. Dann verschwindet der auch hier aus der Übersicht, dass irgendwann ist das Ding hier leer. So, hier haben wir zum guter Letzt noch die Apotheke oder die Bar oder was das ist. Dann haben wir alles erkundet. So, ich muss jetzt auf Nahrung und Wasser achten. Wir haben aktuell schon wieder eine Dürre. Hier kommt schon wieder die nächste Dürre. Wie gesagt, mit der Expedition wird es noch eine Weile dauern. Aber so ein bisschen in den Griff haben wir. Also, wir haben nach wie vor nur einen Reh, weil der Kollege hier, habe ich überhaupt einen Jäger eingestellt momentan? Ja, ich habe einen eingestellt. Der könnte hier ruhig mal endlich den zweiten Hirsch oder das Reh hier rüberbringen, damit die sich wieder selbst reproduzieren. Ansonsten werde ich die Tierart ändern. Komm, wir ändern sie auf... Komm, wir ändern sie einfach auf Ziege. Ja, komm. Schlachten. So, dann schlachten wir dieses eine Tier und dann machen wir in beiden Gehegen Ziege. Okay, ich weiß nicht, ob das dann... Ich meine immer das Fleisch... Wobei, nein, Ziegenfleisch und Rehfleisch. Okay, dann geht mir alle Nahrung flöten. Aber ich kriege dafür mehr Milch. Moment, Fertigungsgrenze für Milch erreicht? Ach, Milch hat extra? Na ja, egal. So, der letzte Kundschafter hat das vorletzte Gebäude, den Kramladen, entdeckt. Jetzt haben wir nur noch da unten das eine Gebäude. Damit haben wir alles entdeckt. Dann brauche ich die Kundschafter nur noch zum Essen produzieren. Und das machen wir jetzt momentan. Fünf haben wir jetzt. Wir brauchen aber ein bisschen mehr. So, dass das dauert, war mir klar. Ich brauche noch zwei Kohle. Ich muss jetzt die Strahlung allerdings im Blick behalten. Denn sobald die wieder steigt, muss ich die Filter wieder aktivieren. Es gab schon wieder 41 ohne Kleidung. Was ist da jetzt passiert? Also ich werde wahrscheinlich nochmal einen Schneider bauen müssen. So, jetzt haben wir das letzte Gebäude. Es war die Arztpraxis. Hier brauche ich sehr viele Sachen, um die zu erkunden. Das wird jetzt erstmal auch nichts. Oh ja. Fünf Fachkräfte haben wir übrig. Ich glaube... Oh, der Dekontaminierer ist fertig. Also bauen wir hier mal ein. Das Problem ist, um das Kit zu bauen, braucht er immer drei Kohle. Und damit kann er dann das hier dekontaminieren. So, währenddessen sterben schon wieder die Ersten, weil ich hier schon wieder kranke Siedler habe. Es wird einfach nicht besser. So, aber Expedition ist angekommen. Vielleicht... Wir sind im Gewächshaus angekommen, Boss. Ich weiß nicht, was dieser Speer erzählt hat. Für uns sieht es einfach aus wie jede andere Ruine, die in der Wildnis verstreut ist. Nicht sehr vielversprechend. Ach, wir werden da schon was finden. Seht euch mal um. So, einige Pflanzen wachsen da, wo der Pflanzbereich gewesen sein muss, als ob er eine üppige grüne Oase war. Es gibt auch einen allen Lüftungsschacht. So, also. Dann schaut doch mal dem Pflanzbereich nach als erstes. Irgendeine Art von Mais wächst hier. So, die Pflanze nützt uns nichts. Also die Strahlenbelastung muss ich sterilisiert haben. Na, super. Leider keine Ressource. Also, dann gehen wir mal rüber zum Lüftungsschacht. Ein alter Schacht, der leer war. Wenn, haben wir im Pflanzbereich nochmal was? Aha, jetzt doch. Die Pflanzen hier wachsen, ähneln nur vage den bekannten Mais. Strahlenbelastung müssen den Phänotyp verändert haben. Okay. Ich habe Maissaat und 25 Mais. Dann hat es sich doch noch gelohnt. Okay. Einpacken, zurückkehren. So, wir haben hier 25. Metall nehmen wir mit. Den Mais nehmen wir mit. Und die Expeditionsration natürlich. Einpacken, zurückkehren. Gute Heimreise. So, dann können wir jetzt hier endlich mal variieren. Also, dann werde ich hier den Kohl rausnehmen. Und werde ich hier Mais anbauen. Oh, der wächst auch viel schneller. 0,8 Saisons bringt genau halb so viel Nahrung. Also ist genau dasselbe wie der Kohl. Der Kohl wächst nur schneller. Und wir haben, ähm... Verdammt, jetzt kommen die Deppen auch noch. Okay, der will wieder essen. Ich habe nicht mehr so viel Essen. Der will Werkzeug oder Wasser. Ich gebe euch Wasser und gebe euch Essen. Hau ab! Oh, jetzt... Ja, jetzt wird es langsam eng hier mit dem Wasser. Oh, die Dürre ist vorbei. Ich hoffe, es reicht. Für meine 98 Leute. Oh, ich habe auch wieder 11 Kranke. So. Hier haben wir 4 Ziegen drin. Und hier haben wir 6 Ziegen drin. Okay. Ja, niedrige Wasserreserven, das weiß ich. Eventuell muss ich noch einen Brunnen bauen. Und, ne, solche. Warum auch nicht? Wieder alles auf einmal. Her damit. Und ich habe selbstverständlich wieder keine Arznei auf Vorrat. Weiß, dass der Kräuter benötigt. So, die Expedition ist wieder da. Ja, äh, ich schicke aber direkt wieder jemanden los, denn ich brauche diese Ressourcen so. Das Gewächshaus können wir zum Abbau freigeben. Äh, den Mähdrescher. Ne, ich brauche jetzt unbedingt die Forschungsutensilie. Das heißt, ich muss irgendwo was finden. Können wir hier in die Endzone rein? Ich brauche dafür nur einen Techniker. Habe ich das ein? Verdammt, ich habe keinen Techniker. Ähm, Tankstellenruine. Ich habe immer, ich habe keinen Techniker. In der Konditorei, hier gibt es, ja gut, hier gibt es Nahrung, aber die brauche ich nicht. Also, die weißen Punkte sind übrigens nur Ressourcenpunkte. Da kriegt man nichts anderes außer Ressourcen. Und bei den grünen gibt es was zu erforschen. Ähm, wie schaut es hier in der Konditorei? Ja, hier ist eine Frau mit Gewehr. Hier, äh, das habe ich nicht. Ich habe noch keine Jod-Tabletten. Das Restaurant, dafür brauche ich auch einen Techniker. Das habe ich auch nicht. Ach, Leute. Arztpraxis, das habe ich eh alles nicht. Die Bar. Ich habe bestimmt einen Wirt und einen Erforscher, oder? Habe ich auch nicht. Ich habe momentan keine einzigen Siedler mit Abzeichen. Sehe ich das richtig? Kann ich da nur, dann kann ich nur den Eckladen hier losschicken. Dann schicke ich den Eckladen los. Habe ich überhaupt noch welche, die nichts zu tun haben? Oder sind gerade alle beschäftigt? Äh, Rekl, Frederik, Mats. Ja, der leidet an Krankheit. Ähm, Diane. Das muss reichen. So, ihr bekommt aber fünf Aktionspunkte. So viel habe ich nicht, deswegen ist hier gleich rot geworden. Die müssen erst hergestellt werden. Vorher laufen die nicht los. Ja, warum sollten die Probleme auch weniger werden? Wäre ja langweilig, ne? So, produziert der jetzt eigentlich mal? Ich habe keine Kohle, glaube ich, dafür, oder? Ja, benötigt Kohle. Wie schaut es denn mit der Strahlung aus? Okay, die wird weniger. Das heißt, es regnet gerade normalen, strahlungsfreien Regen. Ich werde jetzt mal vorüber gehen. Das ist nur vorüber gehen. Auf Halstüche oben steigen. Die verbrauchen nur Stoff und keine Kohle. Ähm, schützen allerdings auch sehr schlecht vor Strahlung. Aber ich muss das jetzt irgendwie ein bisschen in den Griff kriegen. Sonst sterben mir hier gleich wieder zig Leute weg. Und ich muss vor allem dieses dämliche Forschungsutensil endlich finden. Damit ich hier den Abbau von Kohle erforschen kann. Damit ich die ausgebaute Schneiderei erforschen kann. Die ausgebaute Werkstatt. Damit eben, ähm, ich mehr produzieren kann. Oh, der ist krank. Der ist nicht krank. Ich produziere mal Halstücher. Komm, bitte. Damit die Leute wenigstens irgendwas haben. Ich bleibe jetzt gerade auch in der Strahlungsübersicht, damit ich sehe, wenn die Strahlung zurückkommt, ähm, warum ist hier kontaminiertes Wasser? Das verstehe ich jetzt nicht. Hier ist keine Strahlung. Trotzdem ist das... Jetzt ist es nicht mehr kontaminiert. Okay. So, ich habe schon wieder fünf Leute auf einen Schlag verloren. Das ist jetzt zwar nur noch niedrig verstrahlt, aber ich möchte, dass es gar nicht mehr verstrahlt ist. So, wie gesagt, die sollen jetzt mal hier, äh, ruckzuck hier Halstücher produzieren. Die gehen schneller, ähm, ja, wie gesagt, haben keine besonders hohen Schutz, aber besser das als gar nichts. Damit komme ich hier relativ schnell nach unten. Allerdings Halstücher gehen schneller kaputt als die anderen, das muss man auch immer bedenken. Also die schützen nicht nur besser für Strahlung, die Strahlenanzüge, sondern die, ähm, halten auch länger. Also es hat alles schon seine Logik dahinter. So, jetzt sterben mir gerade wieder Leute weg, aber ich habe momentan auch sehr viele Kinder. Das ist auch schön zu sehen. Wasser steigt, Nahrung fällt aber. Ich verliere zu viel Nahrung. So, ich muss jetzt hier Hütten, Sammler. Was kann ich noch? Nahrungstechnisch kann ich sonst nichts mehr machen, glaube ich, nee. Außer noch ein paar Bauern. So, ja, hier, der Mais, der ist natürlich direkt ausgewachsen. Ich brauche mehr Bauern, deswegen werde ich jetzt direkt noch einen Bauern. Ich habe noch zwei Baumeister, die kein Mensch braucht. Jetzt brauche ich mehr Bauern, denn, äh, die Einzelnen, wenn ich auf jedes Feld nur einen einzigen Bauer einteile, dann kommen die nicht hinterher mit dem Ernten, weil der Mais nämlich so schnell wächst. Deswegen brauche ich jetzt mehr Bauern, die das auch entsprechend bewirtschaften können. Da gibt es nämlich ein Saatgut, das sind Peperoni. Die Peperoni wachsen so schnell, dass ich die nie anbaue, weil die gar nicht abgeerntet werden können so schnell. Also das bringt gar nichts, dass die so schnell wachsen, weil keiner die so schnell abernten kann. So, wann werden die nächsten erwachsen? Okay, es dauert noch ein bisschen, aber es wird. Okay, jetzt sind hier plötzlich zehn Stück auf einmal erwachsen geworden. Also machen wir hier eins, zwei, drei, vier, fünf Bauern noch drauf, damit die hier ein bisschen effektiver arbeiten können. Den Rest lasse ich mal, damit ich wenigstens einigermaßen die Leute ersetzen kann. So, ich habe aber mal wieder kein Holz. Also ich habe definitiv zu wenig Holz. Das bedeutet, ich sollte eigentlich einen zweiten Förster bauen. Allerdings muss ich den sehr weit draußen bauen, weil hier ja alles mit... Hier könnte ich einen bauen. Denn das kann ich abbauen, sobald ich sie erforscht habe. Moment, der ist hier. Das bedeutet, ich könnte hier einen zweiten bauen. Also wenn ich hier zum Beispiel eine baue, dann wird die, ist die... Hat er halt einen weiten Weg zur Arbeit, aber ist halt so. So, Expedition ist angekommen. Und das war schon, ich dachte, der erzählt mehr. Ich habe die Befürchtung, dass die fünf Punkte nicht ausreichen. Jawohl, da wird schon angezeigt, da ist das Forschungsutensil, das ich hier finden werde. Also klopfen wir bitte an die Tür. So, wir sind auf eine junge Frau getroffen. Die hat Differenz mit anderen Bewohnern vor einer Endzone, ist deswegen allein losgezogen. Wie gesagt, ich kenne den Text schon. Hier haben wir einen Generator, den werden wir jetzt auseinanderbauen und dann wird sie sich uns anschließen. Also ich habe Elektronik, Schrott, Metall und eine neue Siedlerin gefunden. Zusätzlich habe ich dieses sehr wichtige Forschungsutensil gefunden. Jetzt können wir endlich wieder forschen. So, wir schauen uns dann im Obergeschoss nach oben. Hier gibt es Metall und Holz. Holz, sehr wichtig. Das ist gut, dass wir das mitnehmen. Dann schauen wir uns noch im Geschäft um. Hier haben wir jetzt Schrott, Plastik und Stoff. Also auf diesen Expeditionen findet man immer Zeug und deswegen sind die sehr wichtig. So, jetzt müssen wir wahrscheinlich auswählen, was wir mitnehmen. Also die Rationen nehmen wir wieder mit, das ist wichtig. Plastik habe ich gerade wenig auf Lager, deswegen nehme ich das mit. Das Holz nehme ich mit, das nimmt aber viel Lagerplatz weg. Die Elektronik nimmt wenig weg. Was haben wir noch? Ja, Stoff nimmt auch. Ich kann alles mitnehmen, oder? Nein, ich kann nicht alles. Sehr gut, ein bisschen Schrott können wir zurücklassen. Das ist nicht so schlimm. Also ich kann jetzt acht Schrott nicht einpacken, aber das ist egal. Also Heimreise. So, unsere neue Kombanne kennt sich prima mit Technik aus, sondern hat auch gute Ideen. Wie sieht man mit Stromversorgung? Elektrisch nicht, können wir nun effektiv erarbeiten, sogar nachts. So, jetzt haben wir eine Aufgabe bekommen. Elektronik produzieren, 30. Metall produzieren, 2. So, Elektronik. Ja, also wenn ich das vorher gemacht hätte, dann hätte ich jetzt automatisch das hier erforscht, ohne dass ich es selber hätte erforschen müssen. So, ihr seht, jetzt ist einiges freigeschalten worden. Aber ich muss jetzt definitiv, wo war ich? Wo war ich hier bei Ressourcen? Ich muss jetzt den Abbau von Kohle erforschen, damit ich die... Ja, habe ich Forschung starten, damit ich die Mine bauen kann, damit ich den Köhler stilllegen kann, damit er nicht immer Holz verbraucht. So, und sterben schon wieder... Wir haben schon wieder... Warum habe ich schon wieder... Alle Siedler, alte Unfruchtbare, alte Unfruchtbare. Dann machen wir hier mal alle, damit wir nicht so viele Obdachlose haben. Ich habe schon wieder 30 Leute, die krank sind. Aber die Strahlung ist doch gar nicht da. Nee, warum sind so viele krank? Ihr seht, ich habe jetzt übrigens acht unterschiedliche Nahrungen, dadurch, dass ich den Mais angebaut habe. Ich habe auch nur noch 23 ohne Schutzkleidung, logisch. Aber um die Aufgabe hier zu erfüllen, muss ich natürlich Strahlenschütze bauen. Deswegen muss ich jetzt einen wieder auf Strahlenschutz umstellen. Das habe ich gar nicht ganz vergessen. Viel Zeit haben wir nicht mehr. Bisschen Kohle haben wir jetzt. Ja, die Mine ist um ein Vielfaches effektiver wie der Köhler. So, Ressourcen sind doch da. Ja, dann fangt mal bitte an zu forschen. Hört mir gerade an, ich habe nur drei Forscher eingeteilt. Wasser steigt, Nahrung stagniert ein bisschen. Okay, die Forschung läuft jetzt. Also wenn die Forscher forschen, dann forschen sie schnell. So, die Expedition ist wieder da. Jetzt haben wir die ganzen Ressourcen bekommen, die sie mitgebracht haben. Das ist schön. Wir haben auch das Holz bekommen. Das ist auch schön. Jetzt werden wir aber direkt eine neue Expedition losschicken. Wie gesagt, den Eckladen. Ich könnte jetzt noch mal jemanden hinschicken, die acht Schrott abholen. Das mache ich aber nicht. Ich gebe das direkt zum Abbau. Dann verschwinden zwar die acht Schrott, aber deswegen machen wir nicht rum. So, Forschungsutensil, die haben wir. Können wir noch irgendwo jemanden hinschicken, wo wir niemanden brauchen? Bahnhof, Fastfood-Restaurant. Habe ich mittlerweile vielleicht einen Techniker? Ich habe einen Techniker. Sehr schön, die Elisa. Ja, dann bitte. Nehmen wir noch die Rackle mit. Wir haben noch nichts zu tun. Lorien. Und dann bitte noch mal jemanden mit. Hier, Sarah kann auch mit. Wo gehen wir hin? Fastfood-Restaurant. Da brauche ich, glaube ich, sechs Aktionspunkte oder fünf. Also müssen wir noch ein paar produzieren. Es dauert dann noch, bis wir die losschicken können. So, aber meine Medizin ist immer auf Null. Mein Holz, wie gesagt, die Forschung sollte jetzt hier... Ja, jetzt forscht endlich. Ah, jetzt macht euch schon wieder Feierabend. Das ist so wichtig, wenn ich die Kohle-Mine dann endlich bauen kann. Vielleicht kann ich sie sogar hier bauen, an den Berg ran. So, sehr schön. Erledigt. Kohle-Mine bauen. Ressourcen, wo bist du? Mine. Kann ich dich hier bauen? Nein, leider nicht. Doch. Ich kann sie hier bauen. Die ist sogar am Strom dran, aber ich habe keinen Strom mehr. Das heißt, ich werde nochmal einen Strommasten bauen. Oder ich baue sie hier. Hier baue ich sie. Und zwar so. Genauso mache ich das. Apropos Strom. Wir sind doch die ganze Zeit... Der hat auch keinen Strom. Die braucht 300. Die braucht 100. Ich brauche mindestens noch zwei Strommasten. Zwei Strommasten. Zwei Windkraftanlagen. Ich kann hier noch eine bauen, die noch mit 100% Effizienz läuft. Und hier dann vielleicht. Ja, ja, komm. Gebt mir 100. Jawohl. Einmal 100. Okay, dann bauen wir noch einen Weg dazwischen. Schotterweg. Hier. Achso. Genau. Schwindigkeit wieder nach oben. Oh, wir sind schon wieder mitten im Dürre. Ich habe genügend Wasser. Essen ist gerade ein bisschen dünn, sehe ich. Ich habe fünf Leute zur Verfügung. Ich kann noch einen Hirten und noch einen Sammler einteilen. Ich sollte vielleicht noch den Brunnenwart wieder einstellen. Und schon habe ich nur noch zwei. Allerdings muss man bedenken, ich habe jetzt zwei freie Siedler, aber die Leute sind ja auf Expedition. Das heißt, die darf man auch nicht vergessen. Ich habe keine Baumeister, ist natürlich auch ein bisschen dämlich. So, Minenarbeit dann natürlich erst, wenn die Mine fertig ist. Ich nehme jetzt mal einen Totengräber raus und mache zwei Baumeister rein. Wir sind wieder bei 111, da war ich früher schon mal. Ich habe zwei Obdachlose. Das geht mir allerdings so langsam auch ein bisschen. Ich muss das Essen im Auge behalten. Es kann sein, dass ich für die ganzen Leute, die ich jetzt aktuell habe, gar nicht genügend zu essen habe. Jetzt habe ich nämlich plötzlich 114. Ich haue die Forscher hier rein. Ich haue nochmal ein paar Bauern oben drauf. Ich stelle nochmal ein Feld auf Mais um. So, es ist immer gestorben. Hier haben wir jetzt noch drei Forschungspunkte. Ich baue die ausgebaute Schneiderei. Ich erforsche sie nicht, ich baue sie. Die Raffinerie wäre auch ganz wichtig. Aber erst mal die Schneiderei, glaube ich. Wobei in der Raffinerie... Die ist halt riesengroß, die Raffinerie. Nein, ich baue erst die Schneiderei. Wir haben kein Holz dafür. Aber das kriegen wir ran. Der Forschungspunkt ist immer noch nicht abgearbeitet. Pflanzen sammeln. Achso, niemand will Holz sammeln. Weil die lieber Pflanzen sammeln. Gut, Pflanzen sammeln ist allerdings auch wichtig. Allerdings, wenn ich natürlich hier Holz abforschte, dann geht lieber hier Pflanzen sammeln. So, ich habe übrigens keine kontaminierte Nahrung mehr, weil der Dekontaminierer eben seine Arbeit jetzt aufgenommen hat. Das heißt, wir müssten jetzt auch das hier ein bisschen in den Griff kriegen. Sieht aber mit schlechter Gesundheit. Keine Strahlung vorhanden. Ja, Nahrung ist jetzt gerade ein bisschen dünn. Das sehe ich. Ihr müsstet hier einfach nur ein bisschen schneller abernten. Das Feld ist ausgewachsen. Das Feld ist fertig. Ich habe jetzt extra schon 28 Bauern eingeteilt. Sammlerhütten. Gut, Jäger könnte ich noch ein bisschen einbauen. So, wie schaut es aus? Die Mine ist noch nicht gebaut. Dauert auch noch. Was habe ich noch gebaut? Achso, Strom. Hier ist nichts. Hier ist auch nichts. Warum bringen die Brotbaumeister so langsam das Zeug nur her? Ich habe kaum Schrott. Ich muss mehr Schrott-Sammler einteilen. Jetzt habe ich gar nicht bemerkt, dass mir der Schrott quasi ausgegangen ist. Mir geht gerade alles aus. Nahrung? Oh, Nahrung wird jetzt schon langsam ein bisschen arg dünn. Ja, ihr misst halt diese verdammten Felder. Hier sind zwei eingeteilt. Ich meine, ich kann die Lade nicht manuell erhöhen, dass sie sagt... Also, es geht schon. Ich könnte das hier jetzt auf eins runter setzen und hier... Moment, ich mache das auch. Hier soll nur einer hin. Hier sollen aber... Moment, hier sollen zwei. Hier soll aber auch nur einer hin. Hier soll auch nur einer hin. Hier soll auch nur einer hin. Hier sind drei jetzt tätig. Hier sind zwei tätig. Hier soll auch nur einer hin. Hier soll auch nur einer hin. So, dann sind hier nämlich drei tätig. Hier sind zwei tätig. Hier sind zwei tätig. Das sollen aber... Moment, hier sind einer. Ja, drei sind zu viel. Du sollst bitte zwei hier ran. Zwei an das Feld und zwei an das Feld. So, dann sind nämlich hier drei tätig. Hier drei tätig und hier nur zwei. Kann ich nur irgendwo runter setzen. Hier sind auch zwei reichen hier. Ja. Hier drei, nein. Hier reichen zwei. Ja, jetzt haben wir hier drei, hier drei und hier auch drei. Okay, jetzt können die da schnell... 125 Leute um Himmels Willen, wo kommen die jetzt plötzlich alle her? Ich meine, dann kann ich jetzt hier noch zwei einteilen. Wie schaut es mit der Mine aus? Die ist noch nicht fertig. Dann kann ich aber eine Expedition... Achso, nee, die ist noch gar nicht fertig. Dann kann ich hier aber jemand Zweites einstellen, damit mehr Expeditionsrationen hergestellt werden. Okay, Spinat und Ei. Danke dir fürs Zusehen. Gute Nacht. Ich bin jetzt dann auch gleich fertig, aber... Freue mich, wenn du wieder da bist beim nächsten Mal. Mach's gut. Ciao, ciao. Moment, die Aufgabe, die können wir jetzt erfüllen. Wir aktivieren hier kurz. Das machen wir noch. So. Also wir haben Stoff, wir haben Aktivkohlemasten, wir haben Medizin bekommen. Das ist schön. Jetzt müssen wir hier noch Elektronik, das produzieren wir. Ich mache aber die Filter wieder raus, denn den brauchen wir gerade nicht. Also wir spielen jetzt noch ein kleines bisschen weiter. Ich bin zwar schon wieder bei der halben Stunde angekommen, aber ich möchte jetzt gerade noch ein bisschen weiter spielen. Wir haben 16 Obdachlose momentan. Dagegen sollte man auch noch was tun. Aber erstmal muss ich das Nahrungsproblem in den Griff kriegen. Also hier ist nur einer. Das sind vielleicht wenige. Ich muss hier zwei einteilen, weil das ein Kohlfeld. Hier sind zwei. Hier sind zwei. Hier sind zwei. Hier ist einer. Das ist okay. Hier ist auch einer. Das ist okay. Hier sind drei. Drei. Hier sind sogar vier. Das ist gut. Damit die schneller abgeerntet werden. Jetzt habe ich schon 130 Leute. Ich habe kein Werkzeug. Ich habe keine Strahlenschutz. Ich habe keine Arznei. Ich habe kein Holz. Ich habe keine Nahrung. Verdammt. Was brauchen wir hier noch? Hier brauchen wir Holz. Hier brauchen wir noch alles. Hier brauchen wir Expeditionsrationen. Wer fragt nach Holz? Deswegen kann man keine Kohle produzieren. Ja, deswegen brauche ich jetzt unbedingt die Mine. Ich würde die als nächstes bauen. So, hier wird es schön abgeholzt. Das ist gut. Ich habe so viele Leute übrig jetzt. Ja, komm. Ich haue die drei Bauern da noch rein. Moment, dann kann ich aber hier wieder auf zwei erhöhen. Dann stellen wir noch einen Bauer ein. Hier sind wir jetzt überall voll. Ein zweiten Totengräber schadet nicht. Hier noch einen Kundschaft da rein. Hier noch zwei Jäger rein. Jetzt können wir gerade alles voll machen. Der Förster ist, glaube ich, schon längst gebaut, oder? Ne, der ist noch nicht mal gebaut. Ah, jetzt ist er gebaut. So, dann bitte den Förster komplett. So, okay. Forschung ist jetzt voll. Dann wird das auch jetzt endlich geforscht. Ah, okay. So, die Mine. Also, fünf Minen rein. Drei Köhler raus. Den Köhler stilllegen. Ich lasse ihn aber stehen, falls ich ihn irgendwann mal zur Not brauchen sollte. So, jetzt haben wir hier aber Strom. Müssen wir noch legen. Damit das auch... Moment, wir gehen mal in die Übersicht. Ja, damit das miteinander verbunden ist. Geld muss es sein. So, damit alles miteinander verbunden ist. Gut, jetzt müsste ich genügend Kohle produzieren mit der Mine hier. Jetzt habe ich nur so viele Leute. Wie gesagt, das Essen ist jetzt aus. Ähm, ich habe hungrige Leute. Vier Stück. Weil ich so viele Leute mittlerweile habe. Ähm, ich brauche noch eine Zuflucht. Aber will ich gerade nicht. Ich habe zu viele Leute jetzt. Jetzt haben wir erst mal 29 Kranke. So, wie schaut es mit der Expedition aus? Das ist auch noch nicht fertig. Klar, die Rationen können sie natürlich nicht machen, wenn nichts zu essen da ist. So, wie schaut es mit der Strahlung aus? Äh, nichts. Das ist gut. So, Technologie wurde erforscht. Jetzt lassen wir mal wieder ein paar Punkte. Jetzt können wir... Ja, dem fehlt was. Dem benötigt Kohle. Ja gut, Kohle kommt ja jetzt. So, jetzt können wir das Gebäude aufrüsten. Und auch das Gebäude rüsten wir auf. Wie gesagt, Kohle müsste jetzt eigentlich genügend reinkommen. Äh, vor allem wenn das Ding jetzt hier irgendwann mal über Strom laufen sollte. Drohmast ist gebaut. Hier fehlt Holz. Das nehmen wir noch rein. Und dann mal ein Feierabend für heute. Wenn das steht, der Förster, der läuft nämlich jetzt. Das heißt, ich soll da das Holzproblem eigentlich gelöst haben. Das Kohleproblem habe ich mit der hier gelöst. So, jetzt haben wir hier Strom. Ähm, okay, der Mast hier fehlt noch, sehe ich gerade. Baut mir das bitte mal schnell, damit das auch mit dem Rest hier verbunden ist, weil sonst halt das hier alles nicht genügend Strom. So, ich muss acht Elektronik produzieren. Ich produziere, glaube ich, gerade gar keine. Was kriege ich denn dafür? Ach so, das ist die Forschungsaufgabe. Moment. Stoff, Dörf, Metall, Plastik. Ich würde mal Elektronik produzieren. So, okay, ich wollte das reinnehmen. Äh, jetzt warten wir mal, bis das, okay, jetzt hat alles Strom. Wunderbar. Jetzt müsste eigentlich genügend Kohle produziert werden, äh, damit der hier auch nicht ständig nicht produziert. Dann, äh, dann, äh, werden hier jetzt endlich mal ordentliche Sachen produziert. Ich muss das mit der Kohle beobachten. Dann werde ich hier umstellen auf Aktivkohlemasten. Äh, und dann sollten wir zumindest die Schutzkleidung endlich in den Griff gekriegt haben. Vor allem, wenn die Schneidereien ausgebaut sind. Dann können wir nämlich auch mehr Leute einstellen. Äh, jetzt habe ich, wie gesagt, nur hier ein Nahrungsproblem. 14 Leute, die nichts zu essen haben. So, jetzt kriegen wir nebenbei, während ich hier noch erzähle, noch eine Aufgabe, mehr Schutzkleidung zu machen. Da kriegen wir 36 Aktivkohlemasken. Okay, ich muss auf Aktivkohlemaske, äh, umsteigen. So. Ja, und jetzt ist die Schneiderei ausgebaut. Ich kann hier mehr Leute einteilen. Äh, hier, eins, zwei. Dann können nämlich sechs Strahlenschutzanzüge produziert werden. So, ja, jetzt sterben mir gerade ein paar Leute weg, die verhungern. Da kann ich gerade wenig dagegen tun, beziehungsweise will ich auch nicht, aber ich muss mehr Wasserträger einstellen. So, hier sind zwei, hier ist einer, das ist okay, hier sind, warum sind hier vier? Hier sollen nur zwei rein, dafür soll hier noch einer rein. So, nicht genügend Werkzeug, kriegen wir jetzt auch noch, äh, eine Mahnung. Okay, Werkstatt, Metallwerkzeug, kriegen wir 36 Metallwerkzeug. Ja, es geht mir mal wieder viel aus, jetzt geht Wasser aus, Nahrung ist gerade, wie gesagt, sowieso dünn. Wir haben eine Dürre am Laufen. Hier ist noch einer tätig, hier auch. Boah, hier können wir noch einen zweiten einteilen. So, jetzt haben wir genügend Bauern. Ich habe über 150 Leute momentan. Das ist jetzt klar, die kann ich so gar nicht versorgen. Mir geht das Wasser aus, weil gerade Dürre ist. Ja, ähm, ich will jetzt hier nicht zu weit überziehen. Ähm, ich mache aber noch kurz, ich muss noch, ich muss noch zwei Brunnen bauen, damit ich wenigstens das Wasserproblematik, äh, das Wasserproblematik genau, hört mir bitte nicht immer so genau zu, äh, die Wasserproblematik in Griff bekommen. Hier oben können wir noch Brunnen bauen. Ich baue noch zwei Brunnen. Hier bauen wir ein und lasse das Spiel mal weiterlaufen, damit ich hier mal was sehe, damit der Sandsturm, bisschen schneller, damit der Sandsturm abeppt. So, hier, hier können wir noch einen Brunnen bauen. So. Okay, dann bauen wir hier noch zwei Brunnen, dann kriege ich hoffentlich das Wasserproblem in Griff, ähm, jetzt haben wir nämlich gleich ein dickes Problem. Wie viele Arbeitskräfte habe ich, da machen wir noch zwei Baumeister, damit das schnell geht. Ich weiß, ich wollte eigentlich nur noch was anderes machen, ich finde wieder mal kein Ende. Die roten Felder werden immer mehr. Gibt's Schöneres? Ihr hört's, es sterben gerade sehr viele Leute weg. Weil ich zu wenig Wasser habe, wegen der Dürre, ich habe zu wenig Nahrung. Weil ich zu wenig Nahrung habe, weil ich viel zu viele Leute jetzt momentan habe. Zu wenig Werkzeug, zu wenig Schneider, wir, es, es fehlt Kohle. Warum fehlt Kohle? Ich habe doch Kohle hier. Moment. Hier wird keine Kohle eingelagert, das ist das Problem. Hier bitte Kohle einlagern. Hier bitte auch Holz einlagern. So, dann müssen die nämlich nicht immer hier hochlaufen. Das ist nämlich auch ein Problem. So, okay, während dem Sturm sind natürlich jetzt wieder einige Gebäude beschädigt worden. Ja, so ist es. Egal. So, Brunnen ist gebaut, Brunnenwart einteilen. So, jetzt könnte ich eventuell das Wasserproblem wieder in den Griff kriegen, denn die Dürre ist vorbei. Nächster Brunnen ist gebaut, bitte Brunnenwart einteilen. So sind hungrig. Was wollt ihr jetzt? Gebäude mit Nahrung gebaut, 19 von 20. Dann kriege ich 800 Nahrung. Ich muss jetzt Feierabend machen. Kann ich noch das und dann das und dann das noch machen? Aber ich muss... Ich werde noch eine Viehzucht bauen. Oder ich baue noch ein zweites Feld hier hin. Das mache ich. Ich baue noch einen zweiten Bewässerraum, baue noch so ein zweites Feld zur Bewässerungsanlage hier hin. So, die neue Schneiderei arbeitet. Wir kriegen Aktivkohle-Masken. Das ist schön. Hier bauen wir eine Schneiderei hin. Ich habe kein Plastik. Deswegen machen wir hier auch nicht weiter. Ich habe vor allem kein Schrott und habe vergessen, das Feld umzustellen. Verdammt. 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 Bitte hier. Und ohne Schrott wisst ihr, alles geht alles andere aus. So, wenigstens ist Wasser wieder da. Ich habe natürlich hier 150 Leute. Ich habe natürlich auch fast alle eingeteilt. Das muss man natürlich auch bedenken. So, jetzt kann ich hier aber noch Schneider einteilen. Der produziert Aktivkohle-Masken, der produziert Strahlenschutzanzüge, aber es ist kein Plastik. Da produziere ich überhaupt Plastik momentan. Äh, nein. Dann produziere mal bitte Plastik. Dann kann ich natürlich keine Strahlenschütze bauen, weil ich kein Plastik habe. Alles rot hier oben. Also Wasser ist sehr eng. So, wenn ich den zweiten Bewässerer baue, dann sollte ich... Moment, wie schaut es mit der Strahlung aus? Okay, die ist wieder stärker geworden. Jetzt kommt gerade kontaminierter Regen. Ich brauche mehr Wasser. Gut, jetzt muss ich wirklich hier einen Cut reinhauen, sonst finde ich gar kein Ende mehr. Hier, die Expedition ist immer noch nicht losgeschickt worden. Forschungspunkte haben wir zwei. Wir brauchen noch... ...sechs Technologien, bis wir überhaupt mal zum DLC kommen können. Also es dauert noch. Probleme über Probleme. Leute habe ich jetzt mehr als genug. Die kann ich aber momentan gar nicht versorgen. Also ich sorge hier jetzt noch für Nahrung, allerdings brauche ich dann gleichzeitig Wasser. Ich habe jetzt hier zwei Brunnen gebaut, das reicht nicht. Ich werde noch mal einen Brunnen bauen müssen. Den baue ich aber hier unten. Dann kann ich ja das Feld hier zum Beispiel so verschieben, sodass ich hier drüben... So ist es noch drin. Ich weiß, es sieht ein bisschen komisch aus, wenn ich hier aber rumdrehe, dann ist es irgendwann drin. Ja, das kann ich so verschieben, dass ich hier noch mindestens einen Brunnen platzieren kann. Ich könnte es auch so rum verschieben. Okay, letzte Aktion. Dann aber wirklich Feierabend für heute. Ist schlimm mit mir heute. Okay, genau. Hier kann ich nämlich einen Brunnen hinbauen. Kann ich hier auch noch einen bauen? Ja. Okay, hier ist Berg, aber kriegt der Brunnen halt keinen direkten Weg. Aber im Moment, der ist aber dann... Ne, der ist nicht verbunden. Ne, aber der ist verbunden. Dann machen wir so, dann hat das Wasser Silo 4 Brunnen das Wasser Silo bekommt noch einen fünften, denn hier kann ich definitiv noch ein bisschen schieben. Wenn ich nämlich so schiebe, dann kriege ich da hinten eventuell noch einen Brunnen hin. Okay, jetzt aber Feierabend. Das habe ich schon wieder zehn Minuten überzogen. Aber so ist es halt. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal. Die Probleme nehmen leider nicht ab. Kriegen wir alles in den Griff. Sage ich immer, ich weiß. Bisher hat es aber auch geklappt. Also, bis dahin. Ciao, ciao.